So, hier hoch. Oh, da hinten steht ein Auto. Oh, der will den Graut retzen. So, jetzt einmal die Rakete. Aber ich hab mal ein bisschen Zeit. Neh ich die noch? Und? Ah! Die kommt genau dann runter, wenn die beiden einsteigen. Da robben sie. Oh, wisst ihr was? Wir werden gleich nicht alleine sein. Hier landen die ganzen Haufen. Ich bin tot. Ich bin der Waffe. Er hat mich tot gehauen. Oh, wie viele Treffer der einsteigen kann. Ah, ich hab ihn. Na klar. Fast. So. Also ich bin tot. Ich hol dich gleich wieder. Ne, ne, ne. Nein, nein, hier sind zwei. Ganz links von dir, ganz rechts von dir Hannes. Er endet in die Mitte. Er steht aber immer noch hier. Ich hab hier grad echt Stress. Das ist toll, das ist toll. Ich hab grad ein ganzes Team, ich lösche grad ein ganzes Team aus. Alle weg. Ja, ich komm. Ich hab grad ein ganzes Team ausgelöscht mit der Pistole. Abgeber. Lass mich doch mal. Moin zusammen. Ja, Leute. Heute bin ich mal solo unterwegs. Ich hoffe, dass ich jetzt mal eine Spitzenleistung mit coolen Abschüssen und perfekten Movement performen kann. Übrigens, Coco steht hier am Computer und hat auch Movement. Oh Gott, hoffentlich ist da was Gutes drin. Oh nein. Nicht so ein Scheißding. Ach, na toll. Da ist schon einer. Ach, das klappt ja wie geschmiert. Jetzt verhauch ich die. Nee. Krieg ich nicht. Das fängt jetzt ja schon mal erstklassig an. Also, ich hab das aufgegeben. Ich kann's nicht. Aber wenigstens hat das geklappt. Okay. So, jetzt bin ich erstmal soweit wieder ausgerüstet. Da hinten läuft einer. Ah. Okay. Der ist er. Okay. Oh, 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 oh. Da kommt noch einer von hinten. Oh, ja, ja, ja. Ich weiß. Er weiß, wo ich bin. Na, wo bist du? Wo bist du? Der sagt. Er kommt. Moin. So. Mein Gott. Manchmal hab ich auch einfach mehr Glück als Verstand in diesem Spiel. Ohne Scheiß. Der hätte mich eigentlich auch locker eben wegmachen können. Da hinten läuft einer. Shit weg. Oh, jetzt müssen wir ihn, jetzt müssen wir ihn pushen. Bevor er sich Platten reinhaut. Wir gehen hier rum. Oh, ist der weg oder was? Wo ist der hin? Da hinten. Mein Gott. Hat der mich erschrocken, wa? So, äh. Wir müssen eben schauen, wo wir jetzt sind. Und wo die Reise hingeht. Ähm. Okay. Den Einkaufssagen kann ich noch gebrauchen. Okay, hier sind keiner. Schnell. Schnell. Okay, noch was. Selbstwiederbelebung. Okay. Ja. Sehr gut. Das hätt' ich mir jetzt auch sparen können. Hätt' ich mir das Geld sparen können. Oh, da landet einer. Shit weg. Aber finischen geht dann halt doch nicht. Ich gehe jetzt nochmal zu dem Dopp da hin und hole mir feinde Sniper. Okay, der Typ da ist da jetzt immer noch drin und der verkämmt sich da jetzt mit Sicherheit. Ich habe jetzt eigentlich ja wohl Bock, den zu holen. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob der da jetzt nachher irgendwie C4 oder so reingelegt hat. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, den lassen wir einfach. Ähm. Jetzt sieht er mich. Natürlich sieht er mich. Oh, der ist ja halb hinter der Mauer. Das bringt jetzt auch nichts. Munitionsverschwendung. Oh, er steigt aus. Ah, nein, 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 er hat die bessere Position. Entdeckung. Dann flüchten wir jetzt einfach mal schnell. Ich habe jetzt ja auch keine Lust wegen dem... Eine Kisse. Ach, das habe ich schon. Ich habe auch keine Lust wegen dem, den ja zu sterben. So, ich bin jetzt gespannt, was der andere jetzt wohl macht. Kommt der mir hinterher oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Also, ich würde versuchen, da jetzt... Der ist auch. Habe ich es nicht geahnt. Ich habe es doch gesagt, oder? Dass der mit Sicherheit da irgendwo jetzt rumhängt und versucht, mich hier abzufangen. Die Tour haben wir ihn schön vermasselt. Oh, und er hat richtig feinen Loop mit. Ach, Klasse, Schlag. Ah, habe ich schon. Okay, weiter. Okay, da war einer. Okay, da kommt... Da kommt ein LKW. Die müssen wir im Auge behalten. Kann ich den rausschneiden? Oh, der hätte auch drauf sein können. Der hätte auch drauf sein können. Oh, er kommt. Er kommt hier hoch. Na los, push mich, Alter. Push mich. Ja. Das tat er ja wohl selber nicht geglaubt. Hat er denn jetzt echt gedacht, dass ich das nicht mitkriege, dass er hier hochläuft, oder was? Naja, aus einigen wird man halt nicht schlau, ne? Die Maske hatte ich auch noch nicht. Ähm, was ist das denn für die Karte? Die sieht ein bisschen verpackt aus, oder nicht? Okay, hier ist einer drin. Jetzt ist er weg. Der ist mit Sicherheit da oben. Aber wenn ich da jetzt hochgehe, dann fängt er mich ab. Okay, hier müsste noch ein dritter sein. Oh ja. Jetzt wird er spannend. Okay, ich kann ihn hören. Irgendwo. Ist ja schon wieder draußen. Da läuft er! Und? Ah! Ne, der kann sich wiederbeleben. Schnell um die Ecke. Ne, hier lang. Und? Huh! Ha! So, jetzt aber schnell weg, weil erstens kommt gleich die Zone. Und zweitens hatte ich gerade noch das Gefühl, dass da noch einer rumhängt, den ich aber nicht orten konnte, richtig. So, die Spannung steigt. Ich bin jetzt wirklich am Rand der Zone. Und ich kann niemanden sehen und niemanden hören. Die Zone, die Karte zeigt mir einen Scheißdreck an. Okay. So, wir müssen jetzt eben sehen, dass wir hier irgendwo auf das Dach da kommen oder so. Vielleicht bleibt die Zone da. Okay, da müsste einer sein, aber das ist nicht auf diesem Dach hier, oder? Bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, kann ich den hören. Ich versuch's einfach mal. Okay, hier ist keiner auf dem Dach. Hä? Das stimmt ja nicht. So, wo ist der jetzt? Feuerwehrhaus vielleicht? Da ist tatsächlich einer drin. Zeig dich. Na, komm. Nochmal. Zeig dich. Da ist er. Chill-Brick. Krieg ich einen Nachschuss hin. Zweitwaffe. Na, komm. Da ist er. Und er gibt mir einen mit. Dann kommt jetzt der Clusterschlag drauf. Damit er aus dem Turm raus muss. Und mich der gleich nicht irgendwie wegsmailt. Okay, die Zone kommt auf. Ich muss ja gleich runter von da. Ja, der ist ja nicht mehr drin, oder? Nee, dann wäre er gestorben. Okay, dann jetzt erstmal runter hier. Gucken. Ich hab ja ein bisschen Schiss, dass der jetzt von rechts kommt und mich wegmacht. Okay, hier kommt die Zone. Oh, das wird jetzt richtig spannend, Leute. Oh, mir geht die Pumpe, ey. Ich krieg halt Schweißausbrüche. Habt ihr das auch immer? So, hier um die Mauer. Hinter der Mauer. Nochmal gucken. Ja, er zeigt mir nix an. Oh, man. Ich bin so aufgeregt. Oh, da sind welche. Gasmaske, die geht mir auf den Sack, ey. Da hab ich einen angehittet. Ja. Der hat den anderen hier grad weggemacht. So, ich muss sehen, dass ich in dieses kleine Bushaltestellchen da reinkomme. Schnell in die neue Sicherheitszone. Schnell in die neue Sicherheitszone. Hier hab ich mich. Perfekte Deckung erstmal. Ich glaube, das campe ich hier jetzt erstmal ab. Die Zone ist wirklich, die wird jetzt wirklich richtig klein. Oh, da ist einer. Oh, der ist raus. Hab ich den gekillt oder war da jetzt noch einer? Wieso hat er mir nicht angezeigt Gegner eliminiert? Und hier noch mehr? Oh, oh. Es gibt nur noch einen. Oder? Ne, der eine, der müsste jetzt hier eigentlich da noch... Jetzt ist er tot. Okay, das war dann jetzt nicht mein Kill. Die Zone kommt. Aber jetzt wird das... Jetzt wird das übel. Von wo, von wo, von wo, von wo. Von hinten kann er ja nicht, oder? Der kann nur hinter dem Waggon sein. Okay. Wir müssen uns gleich bewegen. Die Zone, die wandert jetzt hin und her. Oh. Wo ist er? Oh, oh, jetzt muss ich. Der ist er. Nein. Die Gasmaske, die nervt so. Jetzt kommt er. Ich hab ihn. Huh. Wahnsinn. Mein erster Solo-Sieg. Nicht zu fassen. Und das auch noch mit so einem richtig geilen Kampf am Ende. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video einigermaßen gut gefallen. Wenn ja, dann drückt gerne den Like-Button. Und wenn ihr einen kleinen YouTuber, wie mich unterstützen wollt, auch den Abo-Button. Denn mein Kanal braucht noch ein bisschen mehr Unterstützung. Deswegen, ich sag erstmal Tschüss und bis bald, bis zum nächsten Video.